Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit DigiSidventure in der Region Skandinavien. So, dann schauen wir mal. So, einmal. Zack. Hm, okay. Da war nix. Jux. Na? Hm. Ähm. Triers gehe ich hier rein. Juuuut. Ja. Okay. Ja, ne Kessel finde ich aber. Hoffentlich nicht hier drin. Ach, da war sogar was drin. Gut. Ähm. So, Kessel hatte ich hier keinen. Nein. Ah. Ah. Da geht's auch noch mal. Ne, ich gehe erstmal zurück und mache erstmal da hinten komplett alles leer, bevor ich hier bin. Na ja, die ganze Ecke nochmal wieder zurücklaufen darf. Ja, da habe ich auch keine Nerf drauf. Ja, jetzt mal hier rum. gut, so. Gut, so. Ich gehe erstmal da hin. So, ich hoffe ich habe jetzt hier nichts übersehen. Das sieht nicht danach aus. So, jetzt kann ich da hinten in Ruhe weitermachen. So, jetzt geht es hier weiter. So, da war nix, da war nix, da oben weiter. So. Ja, und da hinten noch. Ja, da war es schon richtig, was ich da gemacht habe. So. Ja, da war es schon richtig. Na ja, ich habe eine. Und dann haben wir eine. Okay. So, da bin ich rausgekommen. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal da rein. So, einmal. Da komme ich jetzt hier, doch da komme ich hier noch durch. Gut. So, jetzt gerade nochmal gucken, nicht dass da irgendwo noch ein Loch im Boden war. Nein, gut, dann geht jetzt da weiter. Okay. 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 Auf Twitch und auf KICK. Bis zur nächsten Folge und Tschüss sagt Dir, toto. Okay.